Herzlich willkommen zu einem weiteren Video dieses Django Intensivkurses. Heute machen wir weiter mit den Forms oder auch den Formularen. Das ist dafür notwendig, wenn wir beispielsweise hier unsere Index HTML haben, beziehungsweise heute wird es um die Create HTML gehen, dass wir hier etwas reinrendern können. Das uns dann ermöglicht, anhand dieses Formulars, was wir da reinrendern, das einfach auszufüllen, dann auf Submit drücken, beziehungsweise OK, und dann können wir automatisch ein neues Objekt erstellen, ohne das über das Admin Dash Panel machen zu müssen. Also fangen wir doch direkt einfach mal an. Und zwar brauchen wir hier einmal diese Forms.py Datei, denn wir müssen zunächst einmal so eine Art Formular erstellen, damit wir es über eine View dann aufrufen können. Und zwar brauchen wir hier zunächst einmal from django.forms import model form. Das ist dafür relevant. Und zwar können wir mit dieser Model Form einfach unsere Modelle nehmen und anhand von diesen Modellen automatisch ein Formular erstellen. Man kann natürlich auch Formulare ohne diese Modelle erstellen. So ist es aber deutlich einfacher und geht einfach schneller. Und so kann man natürlich, das ist ja gerade auch so ein bisschen der Vorteil an Django, dass man sehr schnell in die Produktion gehen kann, weil man, dass die Entwicklung halt super schnell geht. Noch zu ergänzend hier, wir werden uns diesmal nur um das Erstellen von Objekten kümmern für die Datenbank. Beim nächsten Teil wird es dann noch darum gehen, wie wir Sachen löschen können oder auch updaten von einzelnen Objekten. So, hier weiter im Kontext. Wir brauchen dann natürlich noch, wenn wir von einem Modell eine Form erstellen wollen, das dazugehörige Modell. Also sagen wir from models import video. Denn wir wollen für die Videos die einzelnen Objekte innerhalb von einem Template erstellen können. So, was brauchen wir jetzt? Und zwar, wie auch schon bei den Modellen, brauchen wir hier auch eine neue Klasse, die wir erstellen müssen. Also eine Formularklasse in dem Sinne. Die heißt in etwa so wie das Model, nur halt ergänzt mit einem Form dahinter. Also dementsprechend Videoform. Man kann es natürlich nennen, wie man möchte, aber das ist so die gängige Konvention, würde ich mal sagen. Und so geht es dann auch im einfachsten. Diese Klasse erbt von der Klasse Model Form, die wir hier zuvor importiert haben, damit wir halt genau die Eigenschaften haben, dieser Klasse, die wir am Ende des Tages brauchen. So, was müssen wir jetzt noch machen? Und zwar müssen wir noch Class Meta. Das heißt, wir müssen die Metadaten so übergeben, dass auch genau das passiert, was wir haben wollen. Und zwar müssen wir zu einem übergeben, aus welchem Modell überhaupt dann hier dieses Form erstellt werden soll, beziehungsweise welches Modell soll befüllt werden mit dieser Form und welche Felder wollen wir überhaupt betrachten. Das heißt, welche Felder können wir dann in diesem Formular ausfüllen. Also wir beginnen zunächst einmal mit dem Model. Das soll nämlich das Video Model sein. Und dann sagen wir noch die Fields. Und da machen wir es uns einfach. Wir machen die Anführungszeichen oben, sagen dann All. Und dann heiße ich unten hier die Unterstriche. All Unterstriche. So, und wenn wir das so geschrieben haben, werden natürlich alle Felder auftauchen in der Form und wir können auch alle ausfüllen. So, das speichern wir Arme. Und das war es auch schon zu diesem Formular. So, das können wir schließen. Können jetzt zu unseren Views gehen. So, wir haben schon erstellt tatsächlich eine Create View. Wir müssen sie nur noch füllen und dann am Ende hier das in unser Create Template reinrendern. Index brauchen wir nicht, Models brauchen wir auch nicht. Wir gehen zurück zu unseren Views. Und zwar erstellen wir zunächst einmal ein Formobjekt. Und das aus, natürlich habe ich es noch nicht importiert, wir müssen natürlich auch hier unser Formular dementsprechend importieren. Also from Forms, Import Video Form. So, und jetzt können wir auch hier ein Objekt initialisieren aus der Klasse Video Form. So, das ist schon mal wichtig. Dann machen wir eine Abfrage. Und zwar if request.method ist gleich gleich post. Das heißt, wenn wir hier sozusagen diese einzelnen Klassenfunktionen aufrufen, die ja am Ende uns dann diese Render Website geben, was dann am Ende dann in unserem Browser erscheint, machen wir das immer durch eine request. In dem Fall können wir halt, wenn wir dann beispielsweise ein Formular auf der Seite haben und dann auf OK drücken, ist es dann eine Post-Abfrage. Wenn ihr mehr über Post, Get und Delete beispielsweise wissen möchtet, müsst ihr euch mehr über die ganzen Server-Geschichten kümmern, wie allgemein das Internet funktioniert. Da gibt es bei Mozilla recht schöne, ich sage mal, Beschreibungen dazu. Da gibt es auch ein Django Tutorial und da könnt ihr euch sozusagen nochmal durchklicken und wenn ihr da beispielsweise, werdet ihr auch immer gefragt, wisst ihr denn schon, was es ist oder wie das Internet funktioniert und so weiter. Und da werden genau diese Sachen auch nochmal erklärt. Ansonsten könnt ihr halt auch nach Post, Get, Delete Method oder so googeln und dann werdet ihr es auch nochmal verstehen. Das heißt, if request from Method gleich Post, also wenn eine Post-Abfrage an diese View hier gestellt wird, dann soll diese Form hier überschrieben werden, das heißt, es soll ein neues Formobjekt erstellt werden und zwar in dem Fall auch wieder mit der Video-Form, aber in dem Fall soll von Request die Post-Abfrage genutzt werden, um diese Video-Form zu erstellen. Das heißt, das, was wir dann eingegeben haben in dieses Formular, soll dann hiermit erzeugt werden. Dementsprechend haben wir hier dann ein befülltes Formular, was am Ende hier dann diese Form ist. So, und wenn wir dann ein befülltes Formular haben, müssen wir nur noch eine weitere Abfrage stellen und zwar if Form Punkt ist Unterstrich Valid. Das heißt, hier wird dann abgefragt, ob diese Form auch ordentlich ausgefüllt worden ist. Dann können wir sagen Form Punkt Save. Und dann wird auch hier das, was in dieser Form eingetragen ist, also von unserer Request Punkt Post, was dann in das Formular eingetragen ist, auch in unsere Datenbank abgespeichert. So, und was wir dann nur noch sagen müssen, ist dann Return, Redirect und dann Anführungszeichen oben und Front Slash. Und dann wird sozusagen die Seite einfach nur nochmal neu geladen. So, und jetzt müssen wir das nur noch in unseren Kontext packen. Das heißt, wir machen hier einmal weiter und sagen, dass unsere Form, mal recht einfach geschrieben, soll einfach die Form sein, die wir hier dann erstellt haben. Also diese. Und das machen wir auch nochmal hier noch in den Komma und weiter. Und gut, wir speichern das einmal. Ich muss nochmal kurz nachgucken. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, dann müssen wir halt nur noch unser Create HTML gehen. Und wir haben jetzt hier über den Kontext diese Form mitgegeben. Dementsprechend können wir jetzt hier einfach einmal den Tag Form aufrufen. Und zwar mit der Action leer. Das könnt ihr einfach so lassen, das ist nicht so relevant. Und die Method, in dem Fall die Post Method. Weil, wenn wir hier dieses Formular abschicken, möchten wir eine Post Abfrage machen. So, dann können wir hier einmal mit den beiden geschweiften Klammern, das haben wir offen, zahlen dazu, kennt ihr ja schon. Einmal die Form reinrendern. Und dann brauchen wir nur noch einen Button. Und zwar eine Input-Eingabe vom Type Submit. Das heißt, so viel soll das wie bestätigen. Und der Name soll in dem Fall einfach mal auch Submit sein, aber mit einem großen S. So, das funktioniert aber leider noch nicht. Schön wäre es. Es gibt nämlich sozusagen hier noch eine Sicherheitsmaßnahme. Und zwar den CSRF-Token. Das funktioniert jetzt hier wieder wie eine Art Code, der ausgeführt ist. Und der heißt auch CSRF-Token. Wenn dieser hier nicht vorhanden ist, gibt Django einen Error-Code raus. Das ist einfach zur Sicherheit, dass da keine Schmuh mit eurer Datenbank gemacht wird und dass da keine komischen Abfragen gemacht werden. Das ist einfach eine Sicherheitsname, die automatisch in Django inbegriffen ist. Das heißt, das heißt, das heißt, das ist ein CSRF-Token niemals vergessen. Wir speichern das. Create.html. So, und dann können wir uns eigentlich auch schon die wunderbare Seite angucken. Und zwar sind wir jetzt hier wieder beim Index. Ja, das ist ein bisschen hell geworden. Und das ist unser Index. Das ist hier unser Overview. Index. So, und jetzt spannend, spannend, spannend. Wir können hier einmal durchzählen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Objekte. Noch beim letzten Mal. Und gehen jetzt einfach auf Create und sehen, aha, wir haben hier tatsächlich ein Formular. Natürlich kann man das auch noch alles ein bisschen schöner gestalten, ist jetzt aber nicht so relevant. So, jetzt können wir hier einmal klicken und sehen so, aha, das sieht aus wie bei unserem AdMission Dash Panel. und wollen jetzt beispielsweise hier für unsere erste Playlist da etwas erstellen. Das Datum ist in dem Fall, sagen wir einfach mal, heute, der 14.12.2021. Und der Titel soll sein, Django Create is Easy mit großem E. So, wir senden das jetzt einfach mal ab. Und jetzt, oh, ein Fehler, getPageNotFound. Okay, das liegt daran, weil, das habe ich mir schon gedacht, mit dem Redirect, das existiert halt nicht. Und zwar hier dieses. Das ist ein bisschen problematisch, NotFound, Strich, kann ich verstehen. Und zwar wollen wir in dem Fall hier zurückgehen, hier zurückgehen, wir gehen einmal zurück und wollen hierhin lieber zurück. Dementsprechend rufen wir nochmal einmal von Views hier auf. Speichern noch einmal. Dahin, dann senden wir das nochmal ab und zack, wir sind zurückgekommen. Jetzt die Frage, hat das zweimal gesendet oder nur einmal? Ich glaube, er hat tatsächlich sogar zweimal gesendet. Und ja, tatsächlich, er hat es zweimal gesendet. Insgesamt haben wir jetzt hier neun Videos stehen, weil, wenn wir uns hier einmal diese Views hier mal anschauen, hat er natürlich hier diese ganz normale Form erst mal erstellt. Dann hat er die Post-Request-Method hat natürlich gestimmt. Dann hat er diese Form nochmal gefüllt, hat geguckt, ob sie valid ist, hat sie gesaved und am Ende kam dann nur dieses Return-Redirect und dann halt auf eine falsche Seite. Das heißt, davor wurde schon einfach alles auch gespeichert. Das heißt, einen Error gab es dann nur hier. Das ist auch sehr wichtig, wenn ihr etwas codet, dass ihr immer versteht, wo der Error herkommt, damit ihr ihn möglichst schnell fixen könnt. So, aber sonst hat eigentlich alles funktioniert. Spaß halber machen wir noch eine Runde, zu sagen, zweite Playlist, Date, beispielsweise einfach mal gestern, 13.12.2021 und sagen, Fun, 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 mit großem U, meinetwegen, drücken auf Absenden, gehen auf Index und sehen, Fun, 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 13. Dezember und die Playlist ist die zweite Playlist. Perfekt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann mit dem Löschen und dem Updaten von Objekten weitermachen. Und Tschüss.